Seacrauts 30.000 Stahl aktuell zu bekommen ist, wenn man dann fleißig genug in Clan Wars oder in gewetteten Gefechten war oder eben an dem Winter Event teilgenommen hat, was 2018 in 2019 eben da war. Da konnte man ja auch Stahl mitnehmen. Wie gesagt, 30.000 Stahl ist nötig und dann bekommt ihr hier sozusagen eine deutlich aufgebesserte Version der Alsace sozusagen in Hafen gestellt. Wo sie besser ist, wo sie sich unterscheiden, das wollen wir heute mit euch zusammen hier erarbeiten. Und wie ihr das schon gewohnt seid, fangen wir zuerst mit der Geschichte an. Ich habe es eben schon namentlich erwähnt. Es ist ein Schiff der Alsace-Klasse, deutlich zu erkennen. Zwei Türme vorne, ein Turm hinten. Jeder Turm hat vier Rohre. Das ist so typisch französisch dann auch. Und ja, ihr wisst selber, die Alsace-Klasse wurde nie tatsächlich angefangen zu bauen. Es gab dafür Pläne. 1941 sollte das erste Schiff gebaut werden. Das soll auf Kiel gelegt werden, besser gesagt. Und das sollte die Alsace werden. 1941 war das aber dann nicht mehr wirklich möglich. Das wurde alles abgeblasen, weil eben Frankreich erobert wurde und damit die Ressourcen anderweitig verwendet wurden. Wie ist dieses Schiff jetzt hier ins Spiel integriert worden? Und damit fangen wir jetzt an und wollen, wie gesagt, die Alsace als Pendant-Forschungsbaumschiff so ein bisschen dagegen halten und einfach mal gucken, was wir da an Unterschieden feststellen können. Wir fangen oben an und das ist gleich, kann man sagen. Trefferpunkte und Torpedo-Schadensverrigerung. Ihr seht es, 74.700, Torpedo-Schadensverrigerung 44%. Das sind die gleichen identischen Werte bei beiden Schiffen. Ich rede bei der Alsace immer von der top ausgebauten Version, also nicht die Basis-Version nehmen, sondern es ist immer dann der beste Rumpf eingebaut, die beste Feuerleitanlage, die besten Geschütze, wenn sie denn da ausbaubar wären. Also, das ist schon mal gleich geblieben und das setzt uns doch schon mal so ein Ausrufezeichen, denn die Alsace ist ein T9-Schiff und die Borgon ist ein T10-Schiff und die haben trotzdem die gleichen Trefferpunkte. Das macht die Borgon zum schlechtesten Schiff auf T10 in Sachen Trefferpunkte. Also, ihr habt die niedrigste Trefferpunkteanzahl eines T10-Schiffs im Spiel überhaupt. Das kann man sich gleich schon mal merken und das führt dann auch im weiteren Verlauf des Videos zu Überlegungen, sagen wir mal so. Der nächste Punkt ist dann die Panzerung, die auch weitestgehend oder ich habe keine großen Unterschiede gefunden von der Panzerung her gleich sind. Wir haben hier vorne, hinten an der Seite auf dem Deck überall haben wir 32 Millimeter und das bringt uns zu zwei Punkten, die die Alsace relativ verwundbar macht. Zum einen ist sie overmatch anfällig und zwar gegen 460 Millimeter Geschütze von der Yamato und Musashi. Das heißt, der Aufschlagwinkel des Projektils wird eben ignoriert und die Munition fliegt durch die Panzerung durch und macht da drinnen dann Disco oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also hinterlässt einiges an Schaden. Die Sektion wird auf jeden Fall penetriert und ob es dann halt weiter reingeht, muss man dann sehen. Und zum zweiten ist das natürlich ein Problem, wenn der Gegner EFE geskillt ist und 152 Millimeter HE verschießt oder 203 Millimeter HE verschießt. Da braucht der Gegner dann nicht mal mehr EFE, weil der kommt da sowieso durch eure Panzerung durch. Und zwar überall auf dem Schiff von hinten bis, von vorne bis ganz nach hinten, habt ihr immer Probleme, dass ihr da eben penetriert werden könnt ohne große Mühe. Und HE ignoriert die Aufprallwinkel im weitesten Sinne. Und lässt halt immer ein bisschen Schaden übrig, wenn der penetriert werden konnte. Also das ist wirklich eine bittere Geschichte und dafür seid ihr extremst anfällig. Wenn wir dann unter den Rock gucken, dann sehen wir darunter eine Turtleback-Anordnung der Panzerung sozusagen. Wir haben hier draußen 350 Millimeter. Wir haben hier unter dem Rock innen 50 Millimeter und im Rock drin sozusagen die Zitadelle mit 50 Millimeter. Da haben wir dann also in Summe mit der äußeren Panzerung hier von 32 Millimeter 482 Millimeter, die euch im maximalsten oder im besten Fall schützen können. Nämlich vor Zitadellentreffer der Gegner. Und das ist nicht viel. Das zeige ich euch gleich. Das ist wirklich anstrengend teilweise, wenn ihr Spieler habt, die wissen, was sie tun auf der anderen Seite und ihr nicht ganz aufmerksam seid und den hinteren Turm eben mal nicht vergesst. Weil das solltet ihr in der Regel tun bei der Bourgogne. Dann hagelst ganz schnell Zitadellen gegen euch und dann seid ihr ganz schnell raus aus dem Spiel. Wir können uns hier noch die anderen Panzerungen angucken. Wir haben hier 250 und 370 Millimeter und wir haben dann hier hinten nochmal 250, 250. Dann gibt es hier oben noch eine Deckspanzerung von 32, wie gesagt. Dann nehme ich das Deck weg. Darunter sind es dann nochmal 190 respektive 170 Millimeter. Wenn ich die Kasematte dann noch abbaue und hier oben mal die komischen Aufbauten ausblende, dann haben wir hier nochmal 40 Millimeter. Also auch da ist sie nicht schlecht, aber sie ist auch nicht super, super hart. Muss man ganz klar sagen. So eine Schiffe, über die gerne geschimpft wird, sind ja zum Beispiel Izumo und Friedrich der Große. Und Friedrich der Große und Izumo sind beide besser auf dem Deck gepanzert als hier die Bourgogne. Obwohl die Izumo und der Friedrich die neuen Schiffe sind. Und wir hier bei der Bourgogne eben ein T-10 Schiff haben. Also soviel dann mal zu der Bedeutung der Panzerung bei dem Schiff. Das soll es dazu gewesen sein. Und doch, eine Sache möchte ich euch noch mitteilen. Das passt ganz gut. Zur Panzerung nämlich. Wir hatten ja eben 482 Millimeter, wenn ihr von der Seite beschossen werdet, genannt. Als Durchdringung oder das, was durchdrungen werden muss, bis bei euch eine Zitadelle getroffen wird. Und wer kann denn dazu? Ihr seid ein T-10 Schiff, also Top Tier in der Regel. Also nicht in der Regel, sondern eigentlich immer. Die Republik, die schießt auf 22 Kilometer und durchdringt dann 482 Millimeter. Die Yamato macht es auf 23,4 Kilometer. Und die Missouri auf 18,4. Der Große Kurve ist auf 20. Dann kommt, also mit den großen Kalonen. Das ist also eine ganz ordentliche Sache. Das heißt, ihr seid großer Distanz schon leicht zu Zitadellen, wenn die Spieler denen wissen, was sie tun. Und ihr euch eben auch so anbietet, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist schon mal nice to know. 482 Millimeter sind unter Laborbedingungen auf den Kilometer Distanzen eben zu penetrieren. Das heißt, auch diesen Schiffen müsst ihr am besten nur die Front zeigen. Und wie gesagt, bei Musashi und Yamato nützt das gar nicht mal so viel. Nächster Punkt ist dann die Artillerie. Wir hatten eben schon dazu was gesagt. Wir haben hier vorne zwei Türme, hinten ein Turm, jeweils vier Rohre. Jedet Rohr hat 380 Millimeter Kaliber. Die Bourgogne schießt 24,8 Kilometer weit. Die Alsace nur 20,3 und hat im ausgebauten Modus. Die Nachleihzeit bei der Bourgogne ist 4 Sekunden besser mit 28 Sekunden. Die Alsace halt nach Adam Riese 32 Sekunden. Die Turmdrehzeit ist identisch mit 36 Sekunden. Die HE und AP Granaten, die blende ich euch gerade mal ein. Die muss ich euch nicht unbedingt vorlesen. Die sind komplett identisch. Auf beiden Schiffen, alle Geschwindigkeiten, alle Alpha-Schadenswerte, Penetrationsstärken und so weiter. Ein Sechstel Penetration bei den Franzosen bei HE. Aber wir haben dann Unterschiede. Und zwar bei der horizontalen Streuung und beim Sigma-Wert. Fangen wir zuerst mit dem Sigma-Wert an. Die Bourgogne hat 1,8 bekommen. Während die Alsace vor einiger Zeit mal genervt wurde auf 1,6. Dann haben wir die horizontale Streuung bei der Bourgogne mit 309 Meter angegeben. Und da denkt man ja, oh Gott, oh Gott, die Alsace, die hat ja viel weniger. Das ist nicht ganz korrekt. Denn das wird immer auf die maximale Kampfentfernung angegeben. Das heißt, 309 Meter ist quasi die Streuung, die maximal möglich ist, wenn man 24,8 Kilometer weit schießt. Um das vergleichen zu können, müssen wir das ja runterrechnen. Und bei 20,3 Kilometer hat die Bourgogne rein rechnerisch eine Streuung von 253 Meter im maximalsten Fall. Da ist die Alsace bei 264 Meter und damit ist da ganz klar die Errichtungszeit. Die Bourgogne ist das deutlich genauere Schiff. Besserer Sigma-Wert, das heißt die Vermittlung der Munition, der abgefeuerten Projektile in Richtung Visier, dahin, wo man tatsächlich gezielt hat. Und dann natürlich noch die Streuung an sich ist einfach, die Streuungsellipse ist einfach kleiner. Das ist also auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Was könnt ihr denn mit eurer AP-Munition so penetrieren? Also die Bourgogne, die schießt ja 24,8 und da trefft ihr oder durchschlagt ihr 384 Millimeter. Auf 20 Kilometer durchschlagt ihr 425, auf 15, 489 und auf 10 Kilometer 569 Millimeter. Also da ist dann auch bei Nahkämpfen ein ordentlicher Hammer hinter euren Rohren. Und das wird ganz schön Eindruck auf vielen Schiffen machen. Vor allen Dingen Kreuzer werden sich richtig krass freuen, denn die können auch mal ganz schnell gewornhitted werden, wenn eure Munition richtig trifft. Und dann habt ihr ja dazu noch eure Hauptbatterienachladebeschleunigung und so eine Sachen. Also das ist schon ein nettes Spielzeug. Die AP-Munition hat die Standardabprallwinkel 0 bis 30 Grad. Standardabprall immer, egal ob 29,9 oder Wattwiesig. Ab 30,001 Grad bis 45 Grad ist eine Abprallchance. Also ihr könnt mal penetrieren, mal eben nicht. Oder zumindest prallt ihr in dem Zeitraum nicht ab, sagen wir so. Wenn ihr dann nicht abprallt, dann müsst ihr 63 Millimeter Panzerung durchschlagen. Und dann gibt es eine Zündverzögerung bei der AP-Munition von 0,033 Sekunden. Also der Standard-Zündverzöger für Schlachtschiff-Munition. Ja, und das ist das, was man aktuell zu den Hauptgeschützen sagen kann. Sie machen auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß, machen eine ganze Menge Wumms, wenn man auf die richtigen Ziele schießt. Dann geht es in die Sekundärbewaffnung. Bei der Sekundärbewaffnung gibt es Unterschiede zur Alsace. Die Alsace hat 100 Millimeter Kanonen, nämlich 12x2, während die Burgon nur 8x2, 127 hat. Jetzt haben wir mehr Kaliber, aber weniger Geschütze. Und dafür penetrieren wir eben 20 Millimeter mit den HE-Granaten. Das ist ein wichtiger Wert, denn 19 Millimeter ist ungefähr das, was an Panzerung auf einem Zerstörer existiert. Und damit liegen wir da genau drüber. Bei den 100 Millimeter liegen wir da sogar noch drunter. Ja, also das bedeutet, ihr könnt mit der Alsace Zerstörer nicht mal, wenn sie aufgehen, mit der Sekundär vernünftig bekämpfen. Also mit den kleineren Geschützen, besser gesagt, bekämpfen. Sondern dafür braucht ihr schon die Burgon oder ihr müsst in ihr VA-E-Skillen. Ja, das sind die beiden Varianten. Und dann gibt es hier auf der Burgon noch 3x3, also 3 Geschütze a 3 Rohre. Ihr seht sie hier vorne. Ja, hier sind nach vorne ist ein Geschütz und nach hinten sind eben zwei Geschütze. Die sind besser als bei der Alsace, weil hier nämlich eine Ladezeit von 8 Sekunden anliegt, wenn die Alsace eben 12 Sekunden benötigt, um diese Geschütze nachzuladen. Die Penetrationskraft ist natürlich entsprechend höher. Und die Feuerreichweite der ganzen Sekundär beträgt 7,5 Kilometer ungeskillt, also Standardwert sozusagen. Basiswert, darauf richtet sich alles aus. Ihr seid in der Lage, eure Sekundärreichweite auf 11,3 Kilometer auszubauen und damit dann auch ein bisschen Fratzenkörper dazu machen. Aber ich muss ganz klar warnen davor, es ist ein bisschen anstrengend. Man muss wirklich ihr VA-E-Geskillt haben, um vernünftig Schaden mit den französischen Schlachtschiffen in Sachen Sekundär zu machen. Weil einfach nicht so viele Schiffe unter 20 Millimeter Panzerung haben und ihr vor allen Dingen müsst halt auch gucken wegen der Streuung und so weiter. Da gilt es einiges einzubauen, um die Sekundär wirklich effektiv auf so einem französischen Schlachtschiff nutzen zu können. Der nächste Punkt ist dann die Flugabwehr. Und bei der Flugabwehr haben wir wieder einen ganz klaren Plus und einen ganz klaren Richtungszeig bei dieser Bougon. Denn die ist eine der stärksten Flugabwehreinrichtungen oder am besten mit Flugabwehr ausgerichtet oder ausgestattet auf T10, kann man sagen. Der Wert von 84 ist der Hammer. Wir haben eine Flugabwehrreichweite von 6 Kilometer für die Langstrecke bis 3,8 für die Mittelstrecke und bis 1,5 für die Kurzstrecke. Die Werte sind wirklich, wirklich gut. Die Anzahl der Explosionen ist auch spaßig. Also ich sage es einfach mal so. Ich als Trägerpilot fliege die Bougon nicht besonders gerne an, um es mal so auszudrücken. Das heißt, sie hinterlässt bleibenden Eindruck an meinen Flugzeugen. Und eure Matrosen können schnell mal eine Tragfläche als Andenken mitnehmen. Ja, dann die restlichen Werte, Sektorverstärkung und so weiter. Das sind wieder die Standardwerte. Wie gesagt, bei der Alsace an sich ist die Flak schlechter. Andere Reichweiten, kleinere Kaliber. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum der Schaden auch bei der Bougon viel höher ist. 57 mm, ihr habt 12 Türme, A2 Rohre, also 57 mm. Bei der Alsace gibt es da 30 mm und die Anzahl der Türme ist auch geringer und so weiter. Also das sind alles so Punkte, die eine Rolle spielen, warum die Flak bei der Bougon wirklich was Besonderes ist. Also die ist schon eine 1. So, dann geht es weiter. Höchstgeschwindigkeit bzw. Manövrierbarkeit. Die Werte sind komplett identisch mit der Alsace. 32 Knoten, 910 Meter Ruder, also Wendekreisradius und 16,6 Sekunden Ruderstellzeit. Das ist absolut identisch. Besonders bei der Bougon ist eben der Motorboost, denn der Motorboost boostet euch um 15% und dann dazu noch das Sierra Mike Signal, macht euch zum schnellsten Schlachtschiff im Spiel aktuell mit über 38 Knoten Höchstgeschwindigkeit, die ihr dann erreichen könnt. Dann geht es weiter mit der Verborgenheit. 16,7 Kilometer zu Wasser, 12,1 zu Luft und wenn ihr aus dem Nebel schießen wollt, 15,4 Kilometer. Das ist auch komplett identisch zur Alsace. Nächster Punkt ist dann das Verbrauchsmaterial. Welche Verbrauchsmaterial haben wir hier? Und ihr habt es ja schon mal bestimmt mitbekommen, dass die Bougon irgendwie mal schneller nachladen kann. Ja, wir haben hier zum Beispiel den Hauptbatterienachladebooster. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Wir fangen links an. Transparenzungs-Team 2 gehört in ein Premium-Schiff natürlich rein. Benutzt immer die Premium-Verbrauchsmaterialien. Ihr verdient mehr Geld mit Premium-Schiffen. Und diese Verbrauchsmaterialien sorgen dafür, dass ihr länger in solchen Gefechten eben bleiben könnt. Und deswegen solltet ihr unbedingt die Premium-Verbrauchsmaterialien einbauen. Transparenzungs-Team 2, Wirkungsdauer 15 Sekunden. In der Zeit könnt ihr nicht wieder brennen oder neue Flutungen erleiden. Und die Ladezeit beträgt 80 Sekunden. Und das Standardverbrauchsmaterial ist 120. Das heißt, ihr habt einen ganz klaren Vorteil, wenn ihr hier das Premium-Verbrauchsmaterial benutzt. Ihr habt sofort einfach schneller wieder parat. Nächster Punkt ist dann die Reparaturmannschaft. Die gehört ja auf dem Schlagstück schon standardmäßig dazu. Und ihr repariert hier in 28 Sekunden 373 Trefferpunkte pro Sekunde. Das ist ein Gesamtwert von 10.444 Trefferpunkten, die ihr wiederherstellt. Nach 28 Sekunden ist natürlich der Optimalwert. Das heißt, ihr müsst genug Potenzial haben, an Trefferpunkten wiederherzustellen. Also nach Bränden, nach Flutungen ist sowas immer am besten möglich. Es gibt dann hier auch Aufladung. Standardreparaturmannschaft eben 3. Und bei dem Premium-Verbrauchsmaterial habt ihr 4 Aufladungen. Wenn wir diese ganze Sache verbessern mit der Signalflagge, dann kommen wir hier auf 448 Trefferpunkte pro Sekunde, die ihr wiederherstellt. Das heißt, ein Gesamtwert von 12.544 Punkten, die ihr wiederherstellen könnt. Was dann schon eine ganz ordentliche Geschichte ist. Nächster Punkt ist dann der Hauptbatterienachladebooster, der eure Nachladezeit der Hauptbatterie um 50% reduziert. Ihr habt standardmäßig 28 Sekunden. Also ungepimpt habt ihr dann 14 Sekunden für diesen Zeitraum. Die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials beträgt 20 Sekunden und die Ladezeit eben 2 Minuten beim Premium-Verbrauchsmaterial und 3 Minuten beim Standard-Verbrauchsmaterial. Ladung 3 respektive eben 4. Und dann haben wir hier den Motorboost 1 und 2, wo ihr dann 15% mehr Höchstgeschwindigkeit erreichen könnt. Normalerweise hat der Motorboost 7 oder 8% standardmäßig. Das heißt, die Alsace kommt auch gar nicht da mit, weil sie nämlich den Standard-Motorboost hat und ihr habt hier einfach ein bisschen mehr Gummi, was ihr da geben könnt oder ein paar Kohlen mehr. Ein bisschen Back to the Future, so ein Superpack, was ihr da reinwerft. Und dann raucht der Schornstein blau oder grün oder wie auch immer. Nein, ist nur Spaß. Also wie gesagt, ihr könnt da ordentlich durch die Wellen fliegen. Für ein Schlachtschiff richtig heftig. Also Wirkungsdauer 3 Minuten, Ladezeit 120 respektive 19 Sekunden, 2 respektive 3 Aufladung. Und jetzt kommen wir zu den Verbesserungen, die ihr hier in das Schlachtschiff einbauen solltet oder könnt. Fangen wir vorne an. Da gibt es dann eigentlich nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 oder eben das Schadensbegrenzungssystem-Modifikationsding. Was die Wirkungsdauer des Schadensbegrenzungsteams um 40% verlängert. Wir gucken jetzt nochmal. Das wirkt standardmäßig eben 15 Sekunden. Und ihr kriegt dann quasi fast das Doppelte drauf. Das heißt, dann ist es wahrscheinlich 22 Sekunden. Das war jetzt hier vorher eingebaut. Deswegen baue ich das jetzt hier wieder ein. Die einzige Alternative, wenn ihr dieses Modul nicht einbauen wollt, ist eben die Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Meiner Meinung nach sogar die sinnvollere Variante. Weil einfach die Überlebensfähigkeit der Hauptbatterie und eigentlich auch der Torpedowerfer, die ihr nicht habt. Also geht es nur um die Hauptbatterie, die eben erhöht. Und deswegen solltet ihr meiner Meinung nach das sinnvollerweise einbauen. Wie gesagt, Schadensbegrenzungsteam, das heißt, das ist jetzt länger aktiv. Das heißt, das sind jetzt 21 Sekunden. Das heißt, man hat schon ordentlich was an Zeit gewonnen, in der ihr nicht wieder brennen könnt oder nicht wieder Flutung erleiden könnt. In der Beziehung, muss man ganz klar sagen, ist die Wahl schon keine schlechte. Dann geht es in Slot 2. Und in Slot 2 habt ihr entweder der Schadensbegrenzung-Systemmodifikationstool, um einfach weniger schnell zu brennen oder eben Wassereinbrüche zu erleiden. Oder ihr entscheidet euch für die Motorboost-Modifikation, weil die sich nämlich nochmal um 50% verlängert. Ihr habt ja schon 3 Minuten, danach habt ihr 4,5 Minuten Motorboost. Das müsst ihr euch überlegen. Nur diese beiden Punkte machen hier aktuell Sinn. Ich baue jetzt hier die Motorboost-Modifikation ein. Ich mache einfach ein Sportboot draus. Und ja, wie gesagt, die andere Variante ist genauso sinnvoll, wenn es um Survive-Skill geht. Dann bauen wir hier die Zielsystem-Modifikation ein, um einfach ein bisschen mehr Streuung zu reduzieren. Das würde ich als primäre Möglichkeit vorschlagen. Die zweite Chance ist aktuell hier einen Flak-Dampfer draus zu machen. Nicht nur aktuell, sondern es ist einfach so, dass die Flak auf dem Dampfer sehr, sehr stark ist. Und ihr könntet damit nochmal weiter erhöhen, um Explosionen in der Mittel- und Langstrecke, so rum. Und das macht die Effizienz natürlich nochmal deutlich höher. Ja, wie gesagt, das ist so die zweite Wahl. Die dritte Wahl ist für mich ein Sekundärbild. Erst aufgrund dessen, was ich vorhin schon sagte, die Penetrationsstärke der Sekundärbatterien bei den Franzosen ist einfach nicht so hoch. Ihr könnt zwar schön weit schießen und bei der Republik sogar noch weiter schießen und so weiter, aber die Penetrationsstärke ist einfach nicht so gegeben. Ihr müsst eine Menge an Kapitänsskills investieren, damit der Sekundärbild überhaupt sinnvoll, ja, umgesetzt werden kann. Darum hier Zielsystem-Modifikation. So, nächster Punkt ist dann hier Survive, also Schadensbegrenzung-System-Modifikation 2. Einfach, wenn ihr brennt, kürzer brennen. Wenn ihr Wassereinbruch habt, ist der schneller behoben. Das würde ich auf jeden Fall bei dem Schiff mitnehmen, aufgrund der Panzerungsstruktur, was ich vorhin schon gesagt habe. Ihr werdet gerne beschossen mit HE-Granaten und solche Sachen. Alternativ dazu solltet ihr euch überlegen, das Steuergetriebe einzubauen, da ihr damit die Ruderstellzeit eben runterbekommt. Also, Antriebsmodifikation macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn oder ist hier nur die dritte Wahl, weil ihr selten eigentlich so richtig steht, sage ich jetzt einfach mal. Ihr solltet schon gucken, dass ihr dann, ja, einfach mobil bleibt, um die Geschwindigkeit auszunutzen. Ihr habt einen tollen Motorboost und ihr könnt den auch noch verlängern. Also solltet ihr gucken, dass ihr dann halt die Flexibilität so ein bisschen nutzt. Ich persönlich würde hier auf jeden Fall als zweite Option eher das Steuergetriebe empfehlen. In Slot 5 gibt es jetzt zwei Herangehensweisen. Ich würde hier persönlich die Tarnsystemmodifikation einbauen, weil wenn ich Survive skille, dann möchte ich natürlich auch weniger weit aufgehen. Man kann aber auch sagen, okay, meine Interpretation ist die Zielsystemmodifikation deswegen, weil ich will ja auch früher erkennen, wo Torpedos zum Beispiel sind und so eine Sachen. Und das hilft mir auch beim Survive. Wir bauen jetzt einfach hier mal die Zielsystemerfassung ein. Wie gesagt, das ist einfach eine Frage dessen, was da am sinnvollsten ist. Wenn ihr weit nach vorne fahrt, wollt ihr ein Sekundärbild macht, ist das Zielerfassungssystem sogar Pflicht. Das macht da einen besseren Job, als wenn ihr das Tarnsystem skillt. Wenn ihr aber eher auf Survive geht, ist eigentlich das Tarnsystem ein besserer Punkt. Ich will jetzt gerade die Kohle dafür nicht ausgeben, deswegen lasse ich das Tarnsystem jetzt hier einfach mal beiseite. Das ist einfach mal nice to know für euch. Tarnsystem für Survive skill ist definitiv die bessere Wahl als Zielerfassungssystem. Ist meine Meinung. Und in Slot 5, in Slot 6, Entschuldigung, gibt es zwei Möglichkeiten, die ihr hier einbauen solltet, die sinnvoll sind. Entweder ihr baut die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 ein, die eure Ladezeit der Hauptbatterie weiter reduziert und dafür die Drehgeschwindigkeit verringert. Das heißt, ihr braucht länger, um die Türme auszurichten. Den könnt ihr entgegenskillen, nämlich mit eurem Kapitän und dann habt ihr die Zeit wieder raus. Das ist für mich die allersinnvollste Variante. Die nächste Variante ist dann, ähnlich wie bei Slot 3, die Flakbewaffnung, die dann einfach den kontinuierlichen Schaden im Kurz-, Mittel- und Langstreckenbereich einfach um 15% erhöht. Und euer Schaden ist schon richtig gut. Das heißt, die Flugzeuge, die euch anfliegen, sind noch schneller Platz. Die müssen weiter zu eurem Schiff schwimmen, um sich zu retten, sozusagen. Ja, hier Feuerreichweite, mehr als 24,8 braucht ihr nicht. Und Sekundär, das sind 20% Ladezeit der Sekundär, ist auch die Frage, macht das Sinn? Am meisten Schaden macht ihr immer noch mit den Hauptgeschützen. Von daher ist das eigentlich die Top-Wahl. Wie gesagt, ich habe jetzt hier so ein bisschen alternativ die Module eingebaut. Das ist meine optimalen Wahl. Die habe ich persönlich eben gerade schon gesagt. Hier müsste auch der Tarnungsmeister rein. Und hier vorne könnte durchaus auch das Schadensbegrenzung-Systemmodifikationsding Sinn machen. Gut, dann kommen wir zum äußeren Bereich. Ja, da kommen wir dann erstmal zur Tarnung. Wenn ihr dieses Schiff im Arsenal, respektive in der Waffenkammer, geholt habt, dann habt ihr oben eine Typ 20 Tarnung, der Bourgogne. Und ihr habt dann hier Erkennbarkeit zu Wasser reduziert. Die Streuung der Granaten, die ein Gegner auf euch abschießt, erhöht um 4%. Die Schiffswartungskosten sind um 50% reduziert. Die Credits, die ihr im Gefecht verdient, um 20% erhöht. Und die EP, die ihr in jedem Gefecht verdient, um 100% erhöht. Und dazu sieht sie halb französisch aus, sei jetzt einfach mal mit den schwarzen Streifen da drauf und so. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Die Werte sind total genial. Gut, nächster Punkt ist dann Kampfsignale. Auf die ökonomischen und die anderen Signale gehe ich nicht drauf ein. Weil entscheidend ist einfach nur die Kampffähigkeit, die Wehrhaftigkeit des Schiffes zu erhöhen oder die Überlebensfähigkeit eben. Fangen wir oben links an. Natürlich gibt es hier Flak-Signale. Wenn ihr sekundär skillt, dann solltet ihr auch die sekundäre Batterie dementsprechend mitnehmen. Aber nur dann. Und dann geht es eigentlich nur noch unten gleich weiter. Denn hier haben wir die Ladezeit des Verbrauchsmaterials reduziert. Dann natürlich ganz wichtig, Sierra Mike, um die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen. Dann India Delta. Ein ganz wichtiger Punkt hatte ich vorhin schon erwähnt. Ihr wollt ja mehr Trefferpunkte wiederherstellen. Und das ist ganz wichtig, weil ihr so wenig davon habt. Also India Delta auf jeden Fall mal nicht sparen. Und dann auch India Yankee. Nicht absparen. Ihr brennt gerne. Und diese Sache, diese Flagge in Verbindung mit den Modulen, die wir einbauen und dem Kapitän, den wir gleich einsetzen werden, sorgt dafür, dass die Branddauer auf eurem Schiff deutlich reduziert wird. Und ja, das verlängert einfach euer Überleben im Kampf. So, und das sind die allersinnvollsten. Darüber hinaus kann man dann hier eben noch Juliet Yankee Biso 2 einbauen, um die Erholungszeit nach Wassereinbruch zu verbessern. Also, dass die Flutung kürzer ist. Dann macht es Sinn, hier, wenn man überhaupt noch diese Signalflaggen im Kampfbereich benetzen möchte, könnte man India X-Ray sich überlegen. Oder eben Hotel Yankee, wenn man so mal, ich sag mal, auf Tuchfühlung geht, wenn man sekundär geskillt ist, kann Hotel Yankee mal schnell notwendig werden. Weil der Gegner sich denkt, okay, den ramme ich jetzt raus, dann nervt er mich sekundär nicht mehr. Und weil er halt vielleicht einschätzt und sagt, okay, ihr habt mehr Trefferpunkte als der Gegner, wie auch immer, dann wird man halt eben nicht so versenkt. Und in dem Fall würde Hotel Yankee eben euch helfen und ihr würdet das eben überleben. Oder sagen wir mal, eher überleben. Das sind eigentlich die sinnvollsten Signale, die man hier noch mit einbauen kann. Ja, wie ihr es dann genau anordnet, ist das natürlich komplett euch überlassen. Flaggen brauchen wir uns gar nicht groß angucken. Da gibt es keine Flaggen, die irgendwie besonders jetzt dem Schiff helfen. Und dann kommen wir zu den Kapitänen, den wir hier einbauen. Das ist nämlich ein Sonderkapitän, den Henri, wenn ich ihn jetzt richtig betont habe. Und so ist er geskillt. Und so ist diese Variante. Hier werden beide Bonus-Skillungen mitgenommen, nämlich der bessere Adrenalinrausch und eben der bessere Elite-Schütze. Eure Turmdrehzeit wird damit wieder auf 33,6 Sekunden runtergebracht, nachdem wir mit dem Modul 6 vorhin ja die Turmdrehzeit erhöht haben. Aber dafür die Ladezeit verringert. Wir sind jetzt durch dieses Modul 6 bei 24,6 Sekunden Ladezeit anstatt bei 28 Sekunden. Und durch den Kapitän haben wir jetzt halt auch wieder die Turmdrehzeit runtergebracht und sind da jetzt bei 33,6 Sekunden. Was wieder sehr, sehr angenehm ist, sogar besser als der Stockwert, also der Standardwert. Dann würde ich hier oben empfehlen, als erstes würde ich eigentlich vorrangiges Ziel empfehlen. Es ist immer gut zu wissen, wie viele Gegner auf euch zielen. Und als zweites kann man hier, als Variante 2 sozusagen, kann man hier präventive Maßnahmen skillen. Ich würde hier 1000 Sasser und höchste Alarmbereitschaft nicht skillen. Ich würde mir das überlegen und bevorzugt würde ich hier was anderes machen. Nachdem Eliteschützer und Adrenalinrausch hier schon drin ist, würde ich auf jeden Fall Grundlagen der Überlebensfähigkeit und Brandschutz skillen. Dann macht der Inspekteur definitiv auch noch eine ganze Menge Sinn. Und dann haben wir noch vier Skillpunkte übrig, wenn wir diese Sachen hier nicht skillen. Und die würde ich wahrscheinlich auf den Tagungsmeister setzen. Das ist eigentlich eine sinnvolle Sache. Oder man kann eben diese Sachen zum Teil drinnen lassen. Oder hier oben mehrere Sachen mit dem Umladen. Zum Beispiel Ladeexperte, dass ihr schneller zwischen A, P und H wechseln könnt. Gerade wenn ihr häufiger vorne steht. Zum Beispiel eben nutzen. Wenn ihr mit dem Survive-Bild an sich nicht so gut klarkommt. Oder sagt, ihr möchtet nicht Survive fahren, das ist was für Pussys. Und dann gibt es hier natürlich die Variante der Flak-Geschichte. Dazu müsst ihr dann hier eben ein bisschen was vom Brandschutz oder ein bisschen was bei der Grundlage der Überlebensfähigkeit verändern. Und hier skillen. Nämlich Schießgrundausbildung, erweiterte Schießausbildung oder verbesserte Schießausbildung. Und dann eben das manuelle Feuer in der Flak-Bewaffnung. Das wäre, was wichtig wäre, um die Flugabwehr nochmal deutlich zu verbessern. Und dann gibt es ja noch die Sekundär-Variante, die Sinn machen kann. Und da würdet ihr dann einfach auch wieder Schießgrundausbildung und verbesserte Schießausbildung skillen. Und dafür eben nicht das manuelle Feuer in der Flak-Bewaffnung, eben das manuelle Feuer in der Sekundär-Bewaffnung. Und ihr habt dann immer so einen Mitnahmeeffekt. Wenn ihr auf Sekundär geht, verbessert ihr gleichzeitig auch die Luftabwehr. Bloß das eben hier, das manuelle Feuer in der Flak-Bewaffnung dann eben wegfällt. Müsst ihr dann halt selber entscheiden, was euch Priorität bedeutet sozusagen. Das ist eigentlich das, was man zu dem Kapitän-Skill sagen kann. Ich glaube, das ist schon so ziemlich alles. Es gibt halt drei Varianten. Survive, Luftabwehr oder Flugabwehr, äh Luftabwehr und Sekundär. In der Reihenfolge machen die Dinger eigentlich am meisten Sinn aus meiner Sicht. Wenn ihr dann eine andere Meinung habt, könnt ihr die gerne konstruktiv hier unter das Video schreiben. Oder auch eure Erfahrungen mal teilen. Wie war es denn mit der Bougon oder mit der Alsace? Seht ihr das anders? Ist es wichtiger, dass die Alsace sekundär geskillt ist aus eurer Sicht? Wie dem auch immer sei, ich bin gespannt auf eure Meinung. So, und dann kommen wir zum Pro und Contra. Also, was ist hier besonders dran? Es ist das schnellste Schlachtschiff im Spiel. Es hat eine sehr gute Torpedoschansverregerung von 44%. Hat eine super geile Flak. Es hat ein tolles Verbrauchsmaterial, ein spannendes Verbrauchsmaterial mit dem Hauptbatterienachladebeschleuniger. Und die Hauptgeschütze sind hier sowieso schon kürzer im Nachladen. Also, 28 Sekunden im Gegensatz zu dem T9 Alsace-Schiff für 32 Sekunden. Ich würde so weit gehen, dass das Schiff hier definitiv die bessere Alsace ist. Und wenn ihr in einem T9-Gefecht landet und vielleicht das einzige T10 oder eins der wenigen T10-Schiffe seid, habt ihr super, super, super viel Spaß. Ihr werdet auch in T10-Gefechten ganz gut überleben können, wenn ihr euch an dieser Alsace ein bisschen gewohnt habt. Wenn ihr die französischen Schiffe mögt, wird euch das nicht besonders schwerfallen. Es ist ein sehr, sehr angenehm zu fahren, das Schiff eigentlich. Es ist auch ein perfekter Trainer für eure französischen Kapitäne, wenn ihr sie noch in der Ausbildung habt oder so. Also, in der Beziehung kann man wirklich sagen, es gibt schon eine Menge Pros bei dem Schiff. Was sind denn negative Punkte? Die negativen Punkte sind die Anzahl der Trefferpunkte. Ihr habt hier, wie gesagt, die niedrigsten Trefferpunkte auf der Tierstufe. 74.700 sind dann nur vorhanden. Ihr seid overmatch-anfällig hier vorne, hatte ich vorhin erzählt. 460 Millimeter gehen da ohne Probleme durch. Ihr habt ein Riesenproblem gegen HE-Spammer. Also, wenn ihr fokussiert werdet von, keine Ahnung, Cleveland zum Beispiel oder Irian oder Kutuzov, so eine Sachen. Die haben in der Regel immer IFE mit eingebaut und die durchdringen eure 32 Millimeter Deckspanzerung und lassen da richtig was an Schaden bei euch kleben. Und, oder sammeln bei euch schön Schaden ein, so könnte man das auch ausdrücken. Die Zita, das hatte ich vorhin auch schon gezeigt, die Zitadelle guckt aus dem Wasser raus. Heißt, diese 482 Millimeter sind relativ schnell zu durchdringen. Und dann, wenn es denn klappert, dann klappert es gleich richtig, weil die Zitadelle eben nicht unter Wasser liegt. Ja, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Das ist ein besonderer Schiff. Man muss 30.000 Stahl erfarmen. Ja, das ist wirklich noch so das, was man sagen muss, was da so ein bisschen ein Problem ist für sicherlich einige von euch da draußen. Nicht jeder ist im Clan organisiert. Nicht jeder Clan erfährt so viel Stahl oder man fährt so viel regelmäßig World of Warships. Das sind halt so eine, ja, so eine Sachen, die für euch, ja, das vielleicht ein bisschen weniger attraktiv machen. Ich wollte das Schiff trotzdem unbedingt vorstellen, damit ihr, wenn ihr euch doch dazu entscheidet, das ein oder andere Stahlschiff zu kaufen, hier zumindest wisst, was euch erwartet. Ich persönlich finde die Bourgogne auf jeden Fall interessant. Die Alsace hat mir eine Menge Spaß gemacht in der alten Variante, ja, in der neuen Variante mit diesem niedrigeren Sigma und so weiter. Macht die Alsace mir keinen Spaß. Ich habe sie verkauft, glaube ich sogar. Vielleicht überlege ich mir mal, die Bourgogne dann wieder häufiger zu benutzen. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch mit dem Video wieder einige Anhaltspunkte, einige Informationen bieten. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Abonnement, über einen Daumen nach oben freuen. Auch gerne über einen Kommentar unten unter dem Video. Kritik ist auch herzlich willkommen, solange sie konstruktiv ist. Schreibt es auch gerne, wie gesagt, unten in die Kommentare rein. Ihr lese so gut wie jeden Kommentar. Und in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hier auf unserem Z-Kauts-Kanal. Bis dahin, euer Andi, euer Maracher. Ciao, ciao. Z-Kauts. Untertitelung des ZDF, 2020